Und damit herzlich willkommen zurück zu let's play with your exodus. Wir sind heute dabei mit der letzten Folge dieser Aufnahmesession. Wenn das so weiter geht, werden wir alle dreckiger Bandit. Stirb mal, du Penner. So, ist mal gut, jetzt erst mal. Ich loot den mal gerade raus. Jawohl, ich hab ihn. Gott sei Dank. Noch ein paar Pfeile da. Scheiße, wenn der Penner sich nicht hinter sich, hat er schon das Bauch versteckt. Den muss ich noch mitnehmen, den Typen. Wieso krieg ich den von hier nicht? Ja genau, ruft im Chor noch mehr. Da müssen wir uns jetzt. So. So. Ja. Da unten ist ohne Licht. Ich sehe nur da unten irgendwie. Ja, merkst du was? Gut, ich bin gesessen. Komm, komm doch mal raus. Da unten ist der Scheiße, komm doch mal schädel. Mann! Hey Arschloch! Ich will jetzt mich verarschen. Ziehen die jetzt gerade mit. Hab ihn. So ein Schießheißen für mich? Naja, wie muss er sein? Schönen. Ja. Tot. So, irgendwann auch mal gut. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Also da müssen wir... Hinterlegen wir. So, ich will jetzt diese Waffe. Ich brauche keine Munition für mich. Geh her. Weg damit. In die Wand hier. Pisser. So. Und da kommt noch einer, oder? Ne, der ist nur der, der rüber. Kuckuck. Der ist der Mann erschossen. Du Sack, Junge. Warum schießt du nicht? Mann. Warum schießt du nicht? Ja. Hol. Ich brauche. Ich bin für Sie. Also da, das war. So, jetzt muss ich natürlich wieder einen Moment warten. Komm mal! Ich hab keinen Bock, dass ich du jetzt mir auf den Sack gehst, Alter. Boah, Alter, den hat es aber richtig zerlegt, gerade, den Typen. Komm mal her! So, der ist tot. Der ist halt ledig. Da war der Spoiler! Psst! So, der nächste. So viel dürfte es eigentlich auch nicht mehr sein, weil unbegrenzt werden die nicht haben. Da unten, Leute! Äh, wo? Scheiße. Sehr gut. Ich hab ihn gelesen! Ich hab ihn gelesen! Hast du ihn nicht! Doch, wieder einer weniger. Sonst werdet ihr alle sterben. Dieser Eindringling ist kein Bandit. Er töntet keine unbewachte Fuß. So. Ist jetzt gut, oder wat? Ich will nur Leute, ich hol mir nur die Leute, die mir auf den Sack gehen die ganze Zeit. Und das tue ich. Das sind einfach die alle. So. Pfeil. So. 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 Die Frage ist, wo muss ich jetzt gehen? Nein! Ich wollte natürlich nicht ins Wasser fallen, dann muss ich ihn jetzt wieder lang. Gehe ich aber richtig hier. Ich werde niemanden töten, der mir nicht aufm... Wie gesagt, ich räuche euch alle aus, wenn es sein muss. Scheinbar habt ihr Vernunft bekommen. Geh mal bitte weg aus dem... Geh doch mal aus dem Weg. Du auch, komm, Kusch! Hm, da geht's. Okay, dann sieht's hier weiter gerade aus wahrscheinlich. Geh doch nicht. Hö, was war das? Hö, was war das? Hö, bist du? Ach... ED myślę... So. Ich hoffe, dass das gerade einer unserer Leute war. Also der richtige Weg da oben hoch. Gibt es hier irgendwie eine... Ha. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Jetzt hört sich zumindest zwei an. Ein paar sind das jetzt noch. Ich will natürlich jetzt ungern eine Waffe benutzen. Mutanten hoffentlich nicht. Wer? Hey! Den musste ich vielleicht snacken. Der hätte mich sonst auf jeden Fall verraten. Und da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf gehabt. So. Wie ist das, wenn ich die Waffe deutlich so gut wie nicht benutzen würde? Den da hinten nutze ich, ne? Aber ich glaube, das ist mehr als einer. Ah. Wo wird da halt da oben so einer? Bleib da hinten stehen, wo du bist. Scheiß auf die... Es ist hier nichts, was du siehst. Wenn ich nah genug drankomme. Sorry. So. Das war der Plan an der Sache. Das war der Plan an der Sache. Und dann haust es nur einer, oder? Lass uns da zusetzen? Ich glaube, dem Haus ist nur einer. Komplett ohne, bisher ohne Kugel zu verwinden. Die Frage ist, wo ist der hier, ne? Kann ich hierhin da noch einer? Ich hoffe nur, dass ich hier lebendig wieder wegkomme. Scheiß auf die Geräusche. Das konnte ich nicht riskieren. Wenn jetzt noch zwei fehlen, ist wieder super. Maximal drei. Ich sehe doch... Drei. Da hinten ist noch ein vierter. Oh Gott, das sind noch ein paar, ne? Speichern kann ich nicht, ne? Doch, kann ich wohl. Okay. Da sind noch ein paar... Da ist jeder eine alleine, den könnte ich versuchen wegzukriegen. ... Ich finde ich irgendwie richtig. Ja, vor allem gar nicht. Eigentlich bin ich überhaupt nicht richtig. Ich hätte die Komplett-Leben komplett lassen sollen. Eigentlich hätte ich die Jungs komplett lassen sollen. Ist die durch, oder was? Gut, aber das Ganze hier sehen wir uns. Alter, wie kühlig ist das denn? Das sehen wir uns im nächsten Part. Dann bei Let's Play Me Too. Axelos, bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.